Was ist NFDI for Culture? Digitale Forschungsdaten sind Daten, die während wissenschaftlicher Tätigkeit, zum Beispiel durch Messungen, Befragungen oder Quellenarbeit entstehen. Sie bilden eine Grundlage wissenschaftlicher Arbeit und dokumentieren deren Ergebnisse. Für Forschungsdaten im Kulturbereich findet man von der Erstellung bis zur Publikation wenig einheitliche Standards. Wenn diese Daten nicht einheitlich abgespeichert werden, ist der Austausch und die Auffindbarkeit für weitere Forschung sehr schwierig. Das wollen wir ändern. Und dafür gibt es NFDI for Culture. Was macht NFDI for Culture? Wir sind eines von 26 fachlich diversen Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur, NFDI. Unser Schwerpunkt sind Forschungsdaten des materiellen und immateriellen Kulturerbes. Unser gemeinsames Ziel ist es, Forschungsdaten vernetzbar und zugänglich zu machen. Wer produziert eigentlich digitale Forschungsdaten? Das sind aus unserem Blick zum Beispiel Museen, die ihre Bestände digitalisieren und Theater, die ihre Aufführungen filmen oder Archive, die Sammlungen anlegen und ihre Quelldaten dokumentieren. Das ist aber auch die Doktorandin, die Noten eines Komponisten digital annotiert und untersucht. Von Einzelpersonen bis hin zur Institution tragen alle zur Landschaft der Forschungsdaten bei. Wie setzt sich NFDI for Culture zusammen? NFDI for Culture vereint fünf Fachgebiete. Architektur, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Theater- und Medienwissenschaft. Diese bilden die Community, mit der wir gemeinsam daran arbeiten, den Datenaustausch und die Dateninfrastruktur zu vereinheitlichen. Warum brauchen wir neue Lösungen? Die Aufbereitung und Publikation von Forschungsdaten folgt keinem einheitlichen Regelwerk. Deshalb sind Forschungsdaten oft schwer auffindbar, nur dem jeweiligen Fachbereich zugänglich oder werden gar nicht publiziert. Durch klare Strukturen wollen wir das Management von Forschungsdaten vereinfachen. Dadurch können verschiedene wissenschaftliche Fächer miteinander kommunizieren, voneinander lernen und Ergebnisse teilen. Und Parallelentwicklungen in Forschungsprojekten werden vermieden. Mit NFDI for Culture wollen wir sicherstellen, dass alle genau die Daten finden, die sie benötigen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017